Ich geh mal schwer davon aus, dass du dich nicht schiebst, dass du dich nicht schiebst. Nee, da steht einer an der Straße. Okay, steck wieder ein. Können wir dann an der ehemaligen Tanke anhalten? Ja, das wollen wir machen. Das ist Janne eigentlich. Das ist eine gute Nachricht, du musst, dass wir keinen Treibstoffleck haben. Ja. Ich bin beinahe wieder repariert. Die Leichen sind hier sogar schon kühl. Oh, der Rettenhofer. Nicht mal weg. Dann steckst du immer aus, hier durch die Brille. Wir haben euch überholt, oder? Ja. Überhoferreifen. Ja. Ja. Genau, das meine ich. Mach deine Füße in Nähe. Tun weh. Danke. Oh, wir sind noch schlimmer. Ja, bestimmt. Deutlich, vor allem kommt der wahrscheinlich am Rücken und Arm und so dazu. Oh, das ist auch so übertrieben. Weil ich es kann. Weil gutes Wetter war. Weil ich es kann. Muss ich nutzen. Okay, jetzt ist befriedet. Das dauert doch mal auch, wenn auch Regan gekommen ist. Das müsste ja mit der Optik ja von fast schon viel Wasser aussehen. Die Brücke vor Corazol, die hier als nächstes kommt, da stehen zwei Leute auf dem Patrouillat. Ja, lieber fahren wir. Die machen wir keinen Schub mit meiner Motorhaube. Ja. Hä, wieso verkehrt der so? Neo hat einen Lowrider LKW. Der springt immer so. Wahrscheinlich auch Hip-Hop-Lauf. Hellbogen aus dem Fenster, Goldenkettchen. Boah! Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Neo reicht voll. Jetzt ist er aber, glaube ich, wieder aus dem Boden raus. Er öffnet nicht mehr. Ich habe gerade einmal einen Wheelie gemacht und sich ins Flipper hoch. Sollt ihr nicht irgendwo gucken, wen kommt? Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir ein bisschen auf euch auffassen. Dann fahren wir links am Hafen durch, Neo. Also hier jetzt links. Aber so ein bisschen weit, oder? Hier an der Küste lang. Kannst du noch nach links drehen? Ja. Ja. Aus der Ausrichtung. Äh, Ost. Ungefährlich am Einfall. Nichts, oder? Nein, nein! Wir gehen. Gott! Wer hat hier einen Luftmenschen? Ist da irgendwas? Äh, wo ist ein Panzer? Ich sehe keinen Panzer. Ja, ja, Beschuss. Ich geh mal hier runter. Ja, 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 ja. Entschuldigung, wir brauchen wieder Temperatur. Ja. Einfließen? Ja. Also ich höre nen Panzer. Ja. Ja. Wir sind am Hafen, an dem großen Platz. Wir sind genau auf der anderen Seite von der großen Halle. Danke. Wer ist, man kann da jetzt rein? Da ist ein Hubschrauber von uns drin, also gleich. Ich kletter aber die Mauer, weil ich komm beim LKW nicht durch. Ich bin auf der anderen Seite. Oh, oben rechts sitze nach Osten die Mauer lang. Und rein. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es diese V80 da gab. Hubschrauber von G und O und P. Da haben wir halt keine rein. Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Weil ich nämlich die Hain mit dem SLA-Tahnsteck jetzt gerade zum ersten Mal gesehen habe. Ah, A1 war ja recht abgespeckt. Oh Gott. Noch viel? Ja. Kontakt. Oh Gott, viele. Ich wollte jetzt noch nicht offen auf den Hoch fahren, wo alle anderen sind. Wir sind hinter den Hangar gelaufen, da müsste rechts einer vorbeikommen. Ja, da ist er jetzt, rechts am Hangar. Hinter den Büschen. Um einen in der Kirche. Vielleicht auch nur angeschlossen. Guck mal, das hat ihn jetzt richtig. Au. Oh, meine Beine. Ich hab hier ja Fax im LKW. Der Panzer kommt näher im Süden. Habt ihr alle Werfer? Ja. Im LKW ist glaube ich noch was. Okay, Mondkap, lass mal da drüben zum Oral. Wie heißt, wenn wir weiterfahren? Ist der Hain schon wieder fit? Weiß ich nicht, musst du steckig fahren. Hab ich. Ich hab noch einen gericht. Anniere Sensoren. Man. 200 Meters. We have got an enemy. Right in this position. 200 Meters. Kaut up ahead. Die Kirche. Okay, ich habe repariert. Wunderbar. Danke. Du hast es so repariert wie geht. Ups, da sind alle aussitzt. Ja, aber wenn das gepomptete Fahrzeug da ist, wird das glaube ich Probleme machen. Ihr habt ne Heim? Ja. Keine volle Einsatzwege heimt. Ja. Momente sind ausgefallen. Ich werde jetzt wegfliegen und auf Distanz gehen. Und den Typen, der sich geschossen hat. Ja, du wirst du, ich brauch dich wieder. Ich werd erstmal geradeaus mit Lenker machen. Zur Brücke, zur Brücke, von dort können wir dann hin. Ja. Weil die Falange hat ne gute Reichweite. Schaut, dass die Kraftsreben nicht schrotz sind. Ja, nicht nur die Luft. Ach, bei dir auch. Ah, aber läuft noch. Oh, dein Ketchup ist weg. Super. Ich guck erstmal, dass wir aus Reichweite von dem anderen rauskommen. Also in der O-95 hätten wir das nicht gemacht. Wir waren am ersten Furz schon drauf. Okay, ich schaue. Das ist ein... Land Rover eventuell. Das klang zu groß bin da. Land Rover haben kleine Turbinen. Wir haben ihn aufgeschaltet, aber das Ziel ist jetzt verdeckt. Das ist noch ein Boot mit mehreren. Wir sind jetzt auf der Strasse außerhalb. Gerade zwischen den roten Türmen. Ich würd sagen, wir gehen, was hier da ist. Okay, ich drehe mal nach links ab. Ja. Wir sollten vielleicht die ganzen weit weg von dem EDI, weil die sterben. Wir sind schneller. Wir müssen schneller tun, keine Sorge. Ja. Glück müssen wir eh bei der Absturzstelle vorbei. Die Tracer hier neben uns. Die Uhu. Und es ist ein Kommen voraus. Ja, es ist ein Kommen. Ich seh's schon vorliegen. Das sah zwar sehr cool aus. Allerdings musst du auch Täuschkörper abwerfen. Direkt voraus. Kannst du voraus ziehen? Mit dem Heli? Ja, genau so. Wiederholen. Kannst du noch gut einziehen mit dem Heli? Ja. Ein bisschen weiter links vom Comcenter. Da mit der S-52. Wo ist das Comcenter? Ich seh's nicht. Oh ja. Hier rechts sind welche. Weiter rechts einlenken. Der Ruf ist voll, glaub ich. Jetzt da. Voraus. Ein bisschen weiter um tiefer. Oh shit. Direkt rechts von uns. Habt ihr Handgranaten? Nicht mehr. Hat der uns nicht? Wir wurden aufgeschaltet. Bei den ganzen Pieten. Auf oder aus? Beides. Ich häng übrigens irgendwo in der Luft. Und ich glaub wir haben gerade ein Treibstoff-LKW und ein Reparatur-LKW mit irgendeinem Lagergespräch. Bei mir liegst du in dem Mund. Ist der Dragon Fly-By-Wire? Ist der Dragon Fly-By-Wire? Ist nicht wahr, oder? Ist der Dragon Fly-By-Wire? Ich glaub schon. Ähm, nee. Lock on before launch. Ich krieg dir nämlich keinen Lock. Ist drahtgelenk, mein ich. Der Dragon? Nee. Ich meine IR. Ich guck mal. Ich hab noch einen. Was ist denn da? 472, aber das klang grad ganz gut. Nee, ist noch da. Geh mal weg da. Geh mal weg da. Ja. Nee, Dragon ist Wire-Guided. Ja. Ja? Okay. Das war korrekt. Raider for help. Was war die Info? Ich hab Moten Kyle von Freshman gefunden. Ja, ich seh die auch da oben. Kannst du die runterholen? Da leben wir gut. Peter. Also ich weiß, dass war auf jeden Fall ein Treibstoff-LKW. Bei dem anderen bin ich mir nicht so sicher. Ja. Es ist leider relativ wahrscheinlich, dass es tatsächlich ein Repair-Truck war. Ja. Also dieser T-270 kam ja aus dem Nichts. Kann ich mit dem Metis eigentlich auch aufschalten? Oder ist der auch Fly-By-Wire? Metis ist aufschaltbar. Ja. 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 Ich glaub das war das kurz. 150 weißt du mich genau. Ich will wieder nicht aufschalten. Ah, der ist Fly-By-Wire. Der schießt dann wo du- Der ist Fly-By-Wire. Wo du hinziehst. Das krieg ich hin. Hinter dem. Ja, ich glaub die Crew war aber schon raus. Das mag sein, aber jetzt ist sie angepisst. Außerdem kann ich jetzt wieder laufen. Angesteckt. Ja. Immer wenn ich auf Verschmitte gucke, dann rei ich mir doch da. Ja. Ja. Das Waffencamp da links schießt noch am besten. Achso. Ja. Ich glaub rechts schießen sie auch in dem Hof da rum. Ja. 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 Das ist ja ein großer Eingang. Ah, das viele verlierst du. Ah, ich hab beide. Die drei saßen nochmal drin. Hier ist auch ausgeschaltet. In oben. Neo, du solltest schon wieder leben. Erster Stock sauber. Zweiter Stock sauber. Deffi, du hast gerade mal vor dir in den Boden geschossen. Auf den geschossenen, den man den Rücken zugedreht hat. Oben auf dem Dach sitzen noch zwei. Einer angeschossen. Danke. Jetzt gucken gerade beide nicht. Jetzt sind beide direkt rechts von der Tür nebeneinander. Sind wieder da, danke. Hier ist ein feindlicher, kleiner LKW. Kannst du einmal Cursor Target auf den brennenden LKW rechts machen und sagen, was für ein Typ das war? Repair. Vorstellst du, wenn du lebst? Ich bin da oben zu mir. Ich fag geschossen. Ich bin tot. Wo bist du denn, Steffi? Äh, noch hoffen, anderen. Ich bin da oben zu mir.